Willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben heute Urlaubsstart. Das heißt, wenn die Kinder heute Nachmittag wiederkommen, ist für uns Urlaubszeit angesagt. Und ich habe für jedes Kind eine kleinere, größere Überraschung. Also Vincents Überraschung, der Karton ist riesig. Und deswegen hoffe ich, weil der Karton so riesig ist, dass es halt einfach schon zusammengebaut da drin ist und ich es nicht zusammenbauen muss. Weil ihr wisst, das ist nicht so meine Stärke. Ich mache das mal, wenn es sein muss, aber ich brauche dreimal so lange wie mein Freund, wenn der das zum Beispiel macht. Deswegen bin ich immer froh, wenn der sowas für mich zusammenbaut, weil ich einfach ganz oft dann halt so zwei, drei Schritte nochmal in der Anleitung zurückgehen muss, weil ich da irgendwas falsch gemacht habe und es deswegen jetzt nicht funktioniert. Deswegen brauche ich immer ewig und habe für sowas keine Geduld. Aber gucken wir mal, ich zeige euch jetzt erstmal dieses riesige, riesige Paket. So, das ist es. Es ist sehr, sehr leicht. Aber es ist halt unglaublich groß. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt und hoffe wirklich, dass es vielleicht sogar schon zusammengebaut da drin ist und ich es jetzt einfach nur an seinen Platz stellen muss. Ich muss es leider doch noch zusammenbauen. Okay, das hätte auch so aufgebaut da nicht drin sein können. Das war halt ein sehr, sehr großer Karton und viel Pappe. So, was wir jetzt hier aber haben, ist von Digitoys von Mario Red. Die Supercity Garage. Denn, wer uns schon länger folgt, weiß, Vince ist ein riesengroßer Hot Wheels Fan oder halt diese vielen kleinen Autos. Und ich kann super schlecht schätzen, aber ich nehme an, wir haben irgendwas so um die 40, 50 Autos im Kinderzimmer und auch in der sonstigen Wohnung rumfliegen. Und, ähm, deswegen dachte ich, wäre das hier so eine riesen, richtig coole Angelegenheit. Hier nochmal so ein paar... Oh Gott, mit Licht und Sound. Mein. Das wird ja spannend. Ähm, genau. Und ich fange jetzt an und hoffe, dass ich keine 5 Stunden brauche, um das hier zusammenzubauen. Und ein paar Autos sind übrigens auch mit dabei. Also für die, die noch nicht so ganz so viele Autos haben, sind zum Glück noch 6 Autos mit drin. Die wir aber so tatsächlich auch noch nicht haben. Das ist immer gut. Und weil ich das halt wieder so unglaublich gut geplant habe, muss ich mich damit jetzt tatsächlich auch alleine auseinandersetzen, weil die Kinder wissen, dass es heute Nachmittag was gibt. Ich muss es jetzt machen. Mein Freund ist arbeiten. Also, ich werde hier jetzt diesen ganzen kleinen Kram erstmal rausholen. Und dann soll das da in die Ecke. Also, es gibt hier ein ganzes Anleitungsheft, wie ich das jetzt aufbaue. Ähm, hier steht jetzt quasi schon mal das Unterteil. Das ist für den Zug. Und ich baue jetzt hier irgendwie das alles da drauf. Das hier ist jetzt der Stand der Dinge nach anderthalb Stunden. Oh mein Gott. Also, es ist schon befriedigend, wenn man mal wieder so ein Teil dann da dran geklickt hat und so. Und mittlerweile werde ich auch ein bisschen schneller, weil ich das Stecksystem verstanden habe und das dadurch ein bisschen einfacher geht. Was ich nicht geschafft habe, hier kommen eigentlich Batterien rein und ich habe einfach das Batteriefach nicht aufbekommen. Aber das kann man ja schnell mal wieder da raus machen und das muss mir dann irgendjemand mal machen. Ansonsten bin ich schon sehr stolz auf mich. Aber das habe ich halt, ich habe halt bisher echt anderthalb Stunden dran gesessen und es fehlt ja noch ein ganz viel bisschen was. Also, nach fast zwei Stunden an dieser Parkgarage musste ich jetzt gerade mal kurz was anderes machen. So, und ich habe jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ich weiß, ich habe gesehen, ich habe nicht mehr viel. Und diesen ganzen Kleinkram gedöhnt, das kann ich ja dann auch noch mit Vince zusammen machen. Das heißt, ich setze mich jetzt nochmal hoffentlich nur noch eine halbe Stunde an die Parkgarage. Also, es ist schon nicht kompliziert oder so. Es ist wirklich sehr gut gemacht, aber es dauert halt echt so seine Zeit. Und das hatte ich tatsächlich nicht eingeplant, dass es dann doch so lange dauert, das aufzubauen. Und es ist auch größer geworden, als ich gedacht hätte. Also, ich muss mir doch auch nochmal einen anderen Platz im Kinderzimmer suchen. Aber ich setze mich jetzt nochmal ran und wir machen das jetzt nochmal fertig. So, also fünf Minuten, zehn Minuten habe ich jetzt nochmal gemacht. Es sind noch so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Männchen und Sachen zum Dranstecken. Und ich habe auch noch nicht alle Aufkleber drauf. Aber das werde ich nochmal irgendwie die Tage in Ruhe machen. Jetzt steht es erstmal so, dass er damit spielen kann. Es ist noch nicht elektronisch. Weil ich das tatsächlich nicht gebacken bekommen habe. Eigentlich ist es nicht schwer. Eigentlich muss man nur die Schraube lösen, Deckel auf Batterien rein. Ich habe aber die Schraube nicht gelöst bekommen. Also da muss mir nochmal jemand helfen kommen. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Das heißt, der Ton und das Licht funktionieren noch nicht, aber das ist okay. Ich zeige euch das jetzt gerne nochmal ein bisschen im Detail. So, hier oben haben wir quasi das Parkdeck. Das sind eins, zwei, drei, vier Etagen, wo halt seine Autos mal untergebracht werden können. Dann haben wir schon Fahrstuhl Nummer eins. Der da bis da runter geht. Hier ist übrigens einmal Batteriefach. Machen wir noch ein bisschen das Licht an. Dann ist das glaube ich ein bisschen besser. Genau. So. Also um das ganze Ding geht halt ein Schienensystem. Also Bahn drumrum. Da die roten. So, dann haben wir hier. Dann geht das halt hier in die Kurve. Der Fahrstuhl, der ist nur aus Pappe. Also der funktioniert nicht. Und hier kommt man dann quasi in die Waschanlage. Hier kann man tanken. Das ist auch elektronisch. Wahrscheinlich macht das dann Geräusche, nehme ich an. Hier um das ganze Ding drumrum verlaufen Schienen für den Zug mit Anhänger. Ich habe es auch noch nicht probiert. Also ich habe hier noch kein Auto durchgeschickt, weil irgendwie kommen dann hier welche raus. Also manchmal verschwinden die dann halt in dem Ding und müssen halt da auch wieder raus. Und hier beim Fahrstuhl geht es zum Beispiel dann hier irgendwie raus rein. Also rein? Keine Ahnung. Das muss ich noch mit Winzer ausprobieren. Dann hat man eine Polizeistation. Die ist da. Gibt es auch verschiedene Klappen. Irgendwie ging das runter. Na ja, verschiedene Klappen und Öffnungen auf jeden Fall. Da drüber ist die Feuerwehr. Genau, da hat man auch das passende Feuerwehrauto dazu. Dann geht es hier nochmal hoch, 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 um dann da, Fokus, wieder auf das Parkdeck zu kommen. Ähm, genau. Also man kann quasi mit dem Fahrstuhl von unten nach oben fahren. Ähm, dann geht es da los. Und also da kann man dann halt auch regeln, in welche Richtung gefahren werden soll. So einen Regler hat man hier unten dann auch nochmal, weil man gucken muss, wo die einzelnen Autos dann rauskommen. Also ich habe tatsächlich noch nicht alles entdeckt, ähm, beim Zusammenbauen. Das entdecke ich dann, glaube ich, mit Vince zusammen, was man alles machen kann. Also es ist mega groß, mega viel, was man erleben und ausprobieren und machen kann. Ich hoffe auch, dass mein Stecksystem so funktioniert und das alles, ähm, möglichst gut hält. Das werden wir dann erleben. Ähm, genau. Also das bekommt ihr heute zum Urlaubsstaatswerk, bekommt natürlich auch was. Und dann werden wir heute und die nächsten Tage erstmal so ein bisschen damit spielen. Und danach werde ich euch nochmal ein kleines Update drehen und vielleicht nochmal ein paar Dinge zeigen. Wir haben jetzt seit drei Wochen die City Garage, das Parkhaus. Und ich wollte jetzt nochmal so ein kleines Update-Feedback geben. Also sie ist wirklich sehr, sehr groß. Also sie hat nicht in diese Ecke gepasst, in die ich sie reinhaben wollte. Weswegen wir sie jetzt immer mal wieder hin und her räumen müssen. Was aber ganz gut klappt. Das ist auch sehr stabil. Das fällt auch nicht irgendwie auseinander. Also das passt ganz gut. Vince ist hin und weg von dem Teil. Die spielen auch sehr, sehr schön beide damit. Und Vince war eigentlich nie ein Kind für Rollenspiele. Also Svea mit ihren drei Jahren, die macht schon ein gutes, halbes, dreiviertel Jahr ihre Rollenspiele mit ihren Puppen und Barbies und Pferden. Vince war da nie so der Typ dafür. Aber jetzt mit dieser Parkgarage fängt er tatsächlich an, sich auch Geschichten auszudenken. Und das ist sehr, sehr schön. Und er hat jetzt wirklich die drei Wochen jeden Tag damit gespielt. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gut finde. Was auch nicht so häufig tatsächlich bei uns vorkommt. Das sind wirklich sehr, sehr ausgewählte Spielsachen, die täglich bespielt werden. Auch über so einen langen Zeitraum. Weswegen ich damit tatsächlich sehr, sehr glücklich bin. Was, glaube ich, daran liegt, dass es wirklich so, so viele Details gibt. Also am Anfang hat er hauptsächlich mit dem Fahrstuhl gespielt. Dann hat er halt auch diese geheimen Klappen entdeckt. Hat dann mit der Polizei, der Feuerwehr gespielt. Mit der Waschstation, mit dem Zug. Also super, super viel. Und was man halt auch machen kann damit. Was ich jetzt tatsächlich immer noch nicht gemacht habe, ist die Batterien. Also es gibt ja drei Batteriefächer und ich habe die tatsächlich noch nicht eingesetzt. Weil, jeder kennt das ja, dass das dann irgendwann bei Kindern so abeppt, das Interesse an so einem Spielzeug. Und es ist schon ein sehr, sehr teures und auch ein sehr, sehr großes Spielzeug. Weswegen ich das Interesse an einem Spielzeug natürlich möglichst lang aufrechterhalten möchte. Deswegen habe ich mir überlegt, warte ich jetzt tatsächlich mit den Batterien, bis ich merke, es flacht das Interesse so ein bisschen ab. Er spielt vielleicht nicht mehr täglich damit, was auch okay ist und macht dann die Batterien rein. Das heißt, dass der Zug dann von alleine fährt, dass die Waschanlage funktioniert, dass bei der gesamten Parkgarage halt dann Sound und Licht funktioniert. Weil das hat dann natürlich nochmal einen ganz, ganz anderen, einen ganz, ganz neuen Anreiz. Und damit kann ich das dann wieder so ein bisschen in die Länge ziehen, habe ich mir so gedacht. Fand ich eigentlich auch ganz clever von mir. Also es ist wirklich, man muss sich echt überlegen, ob man den Platz im Kinderzimmer dafür hat. Aber wenn ja und wenn man das investieren möchte, ist das ein richtig geiles Spielzeug, muss ich sagen. Weil es halt wirklich so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, damit zu spielen. Halt wirklich sehr, ne, also man hat halt das und da und dort und da gibt es noch was zu entdecken. Super spannend fand er auch, wenn die Autos dann irgendwie da so unterirdisch reinfahren und dann irgendwie wieder rauskamen. Fand er halt auch super interessant. Also das finde ich halt echt wirklich ein sehr, sehr tolles Spielzeug. Und bei mir ist es immer, ein Spielzeug ist dann gut für mich und meine Kinder, wenn sie wirklich lange ausdauernd damit spielen. Und das ist bei diesem Spielzeug tatsächlich der Fall. Ihr findet die Parkgarage unten in der Infobox verlinkt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!